Yo Leute, was geht? Flakes hier. Ich muss mich mal wieder beeilen, denn heute werden wir wieder Stream snipen, Leute. Das erste Mal im neuen Chapter. Es gibt ja so viele neue Dinge. Katanas, Autos, Motorräder. Und ich werde heute wieder jemanden zum Ausrasten bringen. Wenn ich öfter Stream snipen soll, dann lasst jetzt ein Like da und ein Abo. Und jetzt muss ich erstmal schauen. Warte mal, da habe ich zu viel gelabert. Ich muss schauen, wo er landet. Wo landet er denn? Was machst du gerade? Ja, ich spiele gerade vor. Was soll ich denn sonst machen? Hey Mann, was sollen diese Fragen? Ja, ich lande hier. Ja, sorry, dass ich ein bisschen genervt bin. Ihr wisst ja, warum. Ich werde immer gestreamt. Und langsam, ich schwöre, ich habe dafür keine Nerve. Wenn ich jetzt noch einmal gestreamt werde, ich zerstere mein ganzes PC. Ich kann das langsam nicht mehr. Okay, Leute. Irgendwie hört er sich genervt an. Und ich glaube, das ist der da hinten, oder? Ja, das müsste er sein. Er landet irgendwie richtig abseits. Und ich glaube, hier müsste eine Katana in diesem Haus sein. Ich will unbedingt mit der Katana zu ihm rüberboosten. Und ja, hier ist sogar der Katana. Let's go. Dann hole ich mir hier noch die MP. Ich loote jetzt erstmal hier das ganze Haus. Ich habe sogar hier ein Biggie. Das Problem ist, Leute, wir sind hier in Arena, weil der zockt irgendwie in Arena. Der will wieder Punkte sammeln. Aber ich kriege das hin. Okay, ich habe zwei Biggies jetzt erstmal hier vollheal, Leute. Bro, lasst mich jetzt zur Kiste. Lass mich. Okay, endlich. Ey, das hat mich die ganze Zeit hochgeschleudert, Mann. Ey, warum habe ich nur eine Pistole schon wieder? Ey, das ist doch... Ey, ich kann das... Ey, was ist das? Ey, ich sage euch ganz ehrlich. Wenn ich einmal einen Streamsepper oder so sehe... Ja, ich weiß nicht, Rastaus. Muss ich in den Chat schreiben. Aber wenn ich noch einmal einen Streamsepper oder so sehe... Ich werde ihn über alles kennen. Ich mache kein Mitleid mit ihm. Ich sage euch so, wie es ist. Oh, Leute. Habt ihr das gehört? Und habt ihr eigentlich gesehen, dass ich mit einem No-Skin spiele und nur kostenlose Sachen ausgerüstet habe? Aber ich habe hier eine kostenlose Pickaxe, ein kostenloses Bagbling und ich bin ein No-Skin. Und vielleicht könnten wir uns ja auch mit ihm anfreunden. Okay, ist der eigentlich noch dort? Ich weiß es nicht. Das ist ja immer verzögert, Leute. Aber ich werde auch gejagt. Oben links kann man sehen. Ich hoffe, jetzt kommt hier kein Schwitzer hier in der Arena zu mir. Und er ist auch irgendwie... Keine Ahnung. Warum ist er so genervt? Hat er einen schlechten Tag oder so? Also irgendwo da hinten müsste er jetzt sein. Okay, was ist denn... Hä? 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 Was ist das richtig? Warum ist hier auf einmal eine Kiste begraben? Und OP-Loot? Boah, das ist doch eine Schatzkiste. Warum kriege ich keinen OP-Loot? Hallo? Warum ist seine Facecam so alt? Nein, das gibt es nicht, ey. Was wollt ihr von mir, Mann? Ey, Leute. Was ist los mit ihm? Also irgendwie ist er wirklich mit dem falschen Fuß aufgestanden. Vielleicht ist er ja beim Aufstehen von seinem Bett irgendwie hingeflogen und hat sich wehgetan. Und deswegen ist er jetzt genervt. Aber was können seine Zuschauer dafür? Und was kann ich dafür, Mann? Ich bin doch nur ein No-Skin, der Stream-Snippen will. Ist der jetzt hier irgendwo? Wo ist der denn? Ich sehe ihn nicht. Hä? Warum? Ey, Mann, ich sehe ihn nicht, Kacke. Warum schreibt... Warum schreibt... Ihr seid doch meine Kommune. Warum schreibt ihr sowas über mich? Ey, das kann doch nicht euer Ernst sein. Nein, ich beachte den Chat jetzt einfach nicht mehr. Ich beachte den Chat nicht mehr. Habe ich gerade einen Gegner gehört? Ey, ich habe gerade doch Schüsse gehört oder so. Ey. Oh nein, oh nein, oh nein, oh nein. Er hat mich, glaube ich, gehört. Wartet mal. Ich werde jetzt hier ein bisschen sneaken. Ich bin jetzt hier im Busch. Er müsste doch hier vorne sein, oder? Irgendwo hier müsste er doch sein. Warte mal. Ich sehe ihn nicht. Wo ist der? Bin ich gerade lost? Ich bin doch Profi-Stream-Sniper. Ich glaube, da vorne ist der irgendwo. Okay, ich muss sneaken. Nicht, dass er mich noch sieht hier. Ist er hier irgendwo? Er wartet mal. Hier ist der... Da ist er, da ist er, Leute. Da ist er beim Lagerfeuer. Ich sehe ihn. Er denkt jetzt bestimmt, er ist alleine. Ich werfe jetzt hier so zu ihm so Tränke hin. Wartet, so eine Fanta hier für dich, Bro, eine Fanta. Hä? Oh, guck das. Oh mein Gott. Der Fortnite-King hat mich gehört. Der Fortnite-King hat mich gehört. Let's go. Was ist das hier? Schubsaft oder was weiß ich nicht, was das ist. Aber ich gönne es mir direkt. Das ist besser als jeder Mini oder was weiß ich was. Hey, danke, Fortnite-King, weil das rettet... Also wirklich, das sowas rettet meinen Tag. Was labert der Mann? Das war doch ich. Guck mal, Leute. Ich werde jetzt an ihm vorbeifliegen mit der Katana. Digga, er läuft hier spazieren und ich finde ihn nicht. Ich sehe gerade in seinem Stream, er holt sich gerade Waffen. Ah, da vorne ist er. Ich werde jetzt an ihm vorbeifliegen. Passt auf. Katana. War das gerade ein Ninja, Digga? Was war das denn? Selber gibt es Ninjas vorne. Warum ist dieser Schlerbwagen gefangen, Alter? Leute, ich bin... Oh, oh, oh. Nein, 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 nein. Ich habe ihn nicht gesehen. Nein, 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 nein. Bitte nicht. Ich bin... Entschuldige. No skin. No skin. No skin. Ich muss ihn einmal anhitten, weil nicht, dass wir gekickt werden. Oder warte, hittet der mich an? Ich weiß es nicht, Leute. No skin. Lauf weg. Lauf weg, sonst. Ich verschone dich, aber lauf einfach weg. Digga, ist das sein Ernst? No way. Warte, wir müssen ihn killen. Wir müssen ihn jetzt killen. Ich werde sowas mit der Katana jetzt auf ihn fliegen. Da ist er. Guck mal. Guck mal, guck mal, guck mal. Und wir machen es, Leute. Let's go. Let's go. Nein, nein, nein. Ey, Mann. Nein. Alter, ernst. Mann. Kniesch in der Klinge. Was für Anony, Mann. Ähm, Leute, wir machen jetzt hier erstmal den Tanzschritte-Tanz für die No Skins. Und warum hat er nicht gebaut? Digga, er ist irgendwie komplett lost. Also wirklich, Leute. Er baut nicht. Er ist irgendwie komisch heute. Aber der startet doch bestimmt gleich noch eine Runde. Warte mal. Wir machen jetzt erstmal den Loser-Danz, dass er checkt, dass ich ein Stream-Sniper bin. Ey, Mann. Tanzschritte Loser-Danz. Junge, was soll ich davon auch halten? Warum hast du keine Waffe und Mitz? Also erstmal. Waffen hatte ich. Ich hatte keine Mitz, weil ich keine Zeit hatte zum Farben. So, ne? Und Digga, Mann. Ich verlasse diese Runde und gehe jetzt in eine neue Runde rein. Oh, Leute. Ihr habt gehört. Er geht in eine neue Runde rein. Meine Chance. Wir werden direkt auch in die Runde reinkommen. Hoffe ich zumindest. Let's go. Ja, so, Leute. Neue Runde. Neues Glück. Aber ich habe nie Glück. Warum sage ich das? Ich habe nie Glück. Einer von euch da draußen Stream-Snap mich die ganze Zeit. Es kann irgendein Max sein. Ein Maxi. Was weiß ich, wer das ist. Oder irgendein Flakes oder so. Da habe ich immer Stream-Snap gefühlt. Das kann auch er sein jetzt. Aber ich weiß es nicht, Leute. Es ist halt immer... Es muss ja nicht er sein, so. Hey, Mann. Ey, nein. Er tut mir sowas von leid. Habt ihr gehört, was er gesagt hat? Er vermutet sogar, dass ich es bin. Aber, Leute, ihr wisst. Zum Glück bin ich anonym. Und er kann es eigentlich gar nicht wissen. Weil es muss ja nicht ich gewesen sein. Aber ich hoffe, irgendwie sein Chat schreibt es nicht rein oder so, dass ich das bin. Ey, ich hoffe es einfach. Aber wo landet er denn jetzt? Wartet mal, Leute. Wartet. Up to Lonely Labs, Leute. Sag ich euch ehrlich. Ich habe extra so ein bisschen mehr geredet, so, im Bus. Damit ihr nicht checkt, wo ich lande, so, dass ihr euch auf mich fokussiert. So, das war mein Trick. Das war mein Trick, Leute. Und mein Trick hat, glaube ich, schon geklappt. Und deswegen würde ich jetzt einfach mal sagen, looten wir ganz schön und killen alle, Leute. Also, alle Spieler und alle Streamsniper, Leute. Let's go. Cooler Trick. Cooler Trick, dass du länger redest. Digga, hier landet die ganze Lobby. Das wird jetzt ein schwerer Fall für mich als Streamsniper. Hier sind so viele Gegner. Da ist er, glaube ich. Ja, ich muss ihm jetzt erstmal helfen. Hier sind überall Gegner, Leute. Ich darf den Fishskin, glaube ich, nicht killen. Okay. Ich muss jetzt erstmal hier eine Waffe holen und versuchen, nicht zu sterben. So, zack. Zwei Waffen haben wir schon. Warum graue Waffen, Mann? Das kann hier direkt hier rein. Das kann diese zwei grauen Waffen. Ich kann direkt hier reintun. Aber wisst ihr was? Ich habe gerade keine anderen Waffen. Deswegen lasse ich die einfach. Aber sonst, ich kann hier einfach direkt reintun, Leute. Ich habe da vorne irgendeinen so einen... Da war gerade einer. Ey, der erste Streamsniper, Mann. Ey, ich hole den mir jetzt. Oh nein, Leute. Er ist so lost irgendwie. Hier sind so viele Gegner und der trollt irgendwie rum. Warte mal. Da ist ein Gegner. Ein Aura-Skin geht zu ihm. Ein Aura-Skin geht zu ihm. Nein, 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 nein. Er darf nicht hops genommen werden. Ich muss ihn retten. Da vorne ist er. Wartet. Wartet. Wo ist er? Ist hier der Aura-Skin? Wo ist er denn? Ich darf ihn halt jetzt nicht aus Versehen killen. Das ist halt ein Problem. Wo ist er und wo ist der Aura-Skin? Da ist er, da ist er. Oh nein, 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 nein. Ich gehe weg, ich gehe weg. Ich muss den Aura-Skin killen. Ah, ah. Ey, ich war hier hinten. Ey, der ist hier reingekommen. Ich war hier hinten hinter der Tür, Mann. Warum sind hier keine Toiletten drin? Ey, Mann, ich hole einen Medkit oder so. Sonst sterbe ich mal. Ah, hier. Oh mein Gott. Das kommt wie gerufen. Direkt ein Medkit, Mann. Oh, das ist die Kronen. Die kann ich mir auch gleich holen. Oh, wow, wow, wow. Alter, das war so knapp gerade, Leute. Ich habe einen Gegner geholt. Holy moly. Okay. Okay, schnell hier das Perk auswählen. Für die Katana. Leider habe ich keine Katana. Das war so knapp. Oh nein, nein, nein. Ist es er? Ist es er? Ich muss hier weg. Nein, nein, nein. Oh, oh. Ich habe ihn hups genommen. Nein, er ist hier. Digga, warte mal. Denkt er, ich bin lost? Denkt er, ich bin lost? Ich glaube, er denkt, ich bin lost. Ich hole mir die Krone jetzt. Wartet mal, wartet mal. Hä? Was macht der? Oh mein Gott. Ich habe sie davon. Ja, danke, danke. Ich habe sie davon gar nicht gesehen. Das war einfach ein Black Knight. Ich habe auch ein Black Knight, Leute. Aber der, wenn ich einen anderen sehe, ist es natürlich noch krasser. Ey, was geht, Mann? Ähm, warum will er jetzt auf einmal teamen? Nur weil ich einen Black Knight habe. Warte mal, ich schieße ihn an. Dann haut er bestimmt ab, Leute. Ich will nicht mit ihm teamen. Hä? Der war vorher ehrenlos. Ah! Aua! Aua! Ey, Mann, das hat wehgetan. Ey, das ist... Ah, hau ab, Mann. Das war, glaube ich, gut. Ich weiß halt jetzt nicht, ob hier noch irgendwo ein anderer Gegner ist. Ich glaube, da ist schon wieder er. Er bringt mich so... Oh nein, da kommt ein anderer Gegner. Da pusht mich gerade ein anderer Gegner. Okay, okay. Ich glaube, das ist der Aura-Skin. Oh nein, was tut er da? Da ist doch ein Gegner. Ah! Nein! Der Gegner hat mich geholt. Das war es komplett. Und er wurde auch geholt. Ähm. Das war es dann mal wieder komplett. Das erste Mal habe ich einfach gefailt. Okay, ich muss jetzt direkt in die nächste Runde. Und ich glaube, ich mache es jetzt als Renegade Raider. Aber ich check nicht, warum er gerade teamen wollte. Was sagt er jetzt überhaupt? Hä? 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 Diese Stream-Sniper! Digga, ey, das ist doch nicht wahr, Mann! Ey, Digga, und da noch anonymen, immer anonymen, weil die... Okay, das sage ich jetzt nicht, aber... Digga, oh, ey, Digga, man. Die traut sich einfach nicht, die traut sich einfach nicht, zu sagen, wer... Okay, das ist jetzt richtig komisch. Obwohl ich es nicht geschafft habe, ihn zu Stream-Snipern, denkt er, dass der Typ ein Stream-Sniper ist. Also, das ist irgendwie eine ganz komische Folge. Ich muss mich nächste Runde auf jeden Fall komplett anstrengen, weil ich glaube, der beendet gleich den Stream, Leute. Lasst jetzt einfach mal ein Like da, wenn ihr denkt, dass ich es jetzt schaffen werde. Ich muss jetzt den Renegade auswählen und direkt in seine Runde. Okay, Leute, wartet mal. Ich muss jetzt ganz kurz schauen. Ihr seht schon, Renegade Raider mit dem Loser-Dance, Bel-Air, alles am Start. Ich enttäusche euch natürlich nicht, Leute. Der Busch startet in vier Sekunden und ich muss mal die Map öffnen. Komm, der Junge muss auch mal seine Map öffnen. Los, los, los. Okay, wartet. Ich glaube, wir sind in der gleichen Runde. Ja, ich glaube schon. Okay, perfekt, Leute. Das heißt, ich weiß es nicht, wie er jetzt reagieren wird auf meinen Renegade Raider. Und gerade eben war es ein bisschen lost. Tut mir leid, Leute. Aber jetzt werde ich ihn komplett hopsen. Vertraut mir einfach. Aber ich muss jetzt gucken, wo er landet. So, Leute, ich sage euch ganz ehrlich. Ich lande einfach neben der Zitat L. Ich habe kein Bock mehr. Sag ich euch so, wie es ist. Ey, Mann, ich lande einfach mal in so einem kleinen Dorf oder was es ist. Ich will nicht mehr lange reden. Ich will nicht mehr leisten reden. Ich raste jetzt komplett aus. Digga, warum rastet der eigentlich jetzt schon aus? Wie rastet er dann gleich aus? Er meint, er landet hier bei der Citadel. Oder warte mal, täusche ich mich gerade? Nee, der landet gerade außerhalb. Also, er geht, glaube ich, auf komplett safe. Ich glaube, hier ist es richtig, wenn ich mich nicht täusche. Aber wie soll ich da looten, ohne dass er mich... Oh, der landet da unten, oder? Digga, ich sehe ihn nicht. Wo landet er denn? Da, da ist er. Da ist er. Okay, okay, okay. Er landet da unten. Perfekt. Und hier landet kein anderer Gegner. Ich gehe jetzt hier oben auf die Burg. Let's go, Leute. Das ist meine Chance. Nein! Ey, ich wurde hier zwei auf dem Flex gekillt. Ey, das ist gar keine gute Erinnerung. Ich brauche jetzt ganz schnell waffen, Mann. Warte, was hat er gesagt? Stimmt. Hier habe ich ihn ja schon mal gestream snipet. Ähm, okay. Ich gebe mir aber jetzt einfach trotzdem mal die Minis erst mal. Und ich hoffe... Oh, er kommt, glaube ich, zu mir. Ich muss schnell looten. Ich habe noch keine Waffe, nur eine Pistole. Das kann nicht sein. Und ich brauche ganz viele Mets, bevor er jetzt auch Mets warmt. Und komplett hochbaut, Leute. Aber ich könnte ihn ja theoretisch einfach abbauen. Yo, ich habe sogar hier eine Dings. Oh, ich habe eine Idee, Leute. Ich habe eine richtig gute Idee. Ich habe hier, ähm, die Katana. Das heißt, stellt euch vor, er baut sich hoch. Ich komme zu ihm mit. Tu so, als würde ich teamen. Bau ihn ab. Und ich rette mich mit der Katana. Okay, das ist eine gute Idee. Holz, Holz, Holz. Stein, Stein, Stein. So ein Ding ist es, Leute. Ich fahre mir jetzt komplett Mets. Warum baust du so selten? Ich baue so selten, weil ich auch so gewinnen kann. Ich brauche keine Mets oder so. Warum gibt es eine Stein, ich habe mal... Oh, eine legendäre Haywok. Die nehme ich auf jeden Fall mit. Leute, wisst ihr was? Wenn jetzt irgendein Zwieser mal kommt. Ich mache Bau-Battle-Ring. Und das sieht ja, ich bin der Beste im Bauen. Sag ich dir so, wie es ist. Oh nein, oh nein, oh nein. Ich höre gerade Schritte. Er ist hier irgendwo. Ich gehöre mir schnell diese Haywische. Äh, Haywische, sage ich schon, Leute. Äh, epische Haywok. Nicht Haywische, aber er ist hier irgendwo. Ich muss mich verstecken. Nein, hä? Er ist jetzt wieder weggelaufen. Ich kann nicht mehr reden. Ich bin so nervös. Es muss jetzt alles passen. Wo ist er? Ich schieße ihn mal an, damit er mich bemerkt hat. Hat er mich gerade nicht bemerkt? Irgendwo da draußen ist er doch. Wo ist er denn? Hä? Wo ist der Typ? War das gerade ein OG-Skin oder so? Der war da gerade jemand? Oder habe ich mir gedacht... Da ist jemand. Oh nein, er hat mich, glaube ich, gesehen. Ich bin so lost. Ich brauche, glaube ich, wirklich eine Brille, Leute. Ich übersehe nicht nur immer den OG-Battle-Bus-Banner. Habe ich ihn gerade nicht gesehen? Nein, das kann nicht sein. Bestimmt habt ihr gerade alle in die Kommentare geschrieben, dass ich lost bin. Ich weiß es nicht. Wie ihr hier schreibt in die Kommentare, dass ich lost bin? Niemals. Schreibt es nicht in die Kommentare. Okay, hier unten ist er. Er kommt, glaube ich, hoch. Ich muss mich jetzt komplett nach oben bauen. Ich habe ja die Katana. Oh, das wird episch jetzt. Das wird episch. War ich gerade Renegade Vader? Renegade Vader! Oh mein Gott! Ich war natürlich Renegade Vader. Ich muss ihn holen. Was heißt, ich muss ihn holen? Ich muss mich jetzt anfreunden. Dann gewinne ich die Runde safe. Wo ist der? Irgendwo hier ist der doch. Wir haben ja jetzt hier noch einen Perk. Let's go. Wo ist der? Ah, da unten ist er. Da unten ist er. Ich schieße ihn an. Ah, 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 ah! Ey! Von wo? Das ist da oben. Wann, der geht weg. Ich will, der geht weg. Komm her! Komm her! Ey, nein, du triffst nicht. Ausrichten. Komm schon, ich komme jetzt hoch. Ich komme jetzt hoch. Er hat kein Schild mehr. Und er hat aber Minis. Er gönnt sich jetzt bestimmt gleich die Minis. Und dann kommt er zu mir. Okay, okay. Jetzt wird es episch. Okay, ich muss mich anstrengen. Ich muss jetzt schwitzen, Leute. So, wo bist du? Ich hole dich jetzt. Vertrau mir. Hä? Hä? Warum kannst du dich bauen? Ey, der hat irgendwie irgendwas eingenommen, Mann. Ey, ich sage nicht. Ey, nein! Hör auf! Digga, Bro! Ey, ich kann dich bauen! Warum kann ich denn nicht bauen? Was ist das? Hallo! Digga, Bro! Wie soll ich ein Bobel gegen jetzt Schüße machen, wenn ich nicht bauen kann? Hä? Er soll runterkommen. Er soll runterkommen. Ey, Leute, wisst ihr, was ich jetzt mache? Ich werde ihn jetzt einfach hops nehmen. Ich tue es jetzt einfach. Er wird, glaube ich, komplett ausrasten. Guck mal, wie er baut. Wie süß. Einfach ein Fischkopfskin. Guck mal, was macht er da? Was macht er da? Digga, er weiß nicht, wo ich bin. Wie langsam baut er denn? Okay, Leute. Ich mache jetzt das mega nice. Wir gehen nach oben. Komplett nach oben. Als Renegade Raider. Und jetzt bekommt er den Pump. Wo ist er? 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 Da ist er! Oh! Ja! Ich konnte nicht bauen! Meine Treppe hat gebacken! Ich schwöre auf alles. Ich konnte nicht bauen! Ey, das war's! Ey, ach nein. Ich hoffe, es hat euch nicht gefallen. Ciao! Ähm, Leute. Das war so krank. Das habe ich noch nie geschafft. Es hat alles funktioniert. Direkt nach oben. Dann nach unten. Pump it. Und wir haben ihn hops genommen. Und er hat direkt den Stream beendet. Okay, das hatte ich jetzt nicht erwartet. Ähm, ich hoffe, es hat euch gefallen. Ähm, er hat auch nicht gecheckt, dass ich es bin, oder Leute? Er hat es, glaube ich, nicht gecheckt. Und das ist gut, Leute. Das gefällt mir. Leute, lasst doch für ihr ein Like da unten abo. Und dann sehen wir uns im nächsten Video. Kuss geht raus. Euer Flex. Ciao!